hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge light year frontiers ja und uns fehlen zwei tage ist es tag 23 dafür ist das hier schon gewachsen also ja übrigens diese diese schreiben kugeln die darunter kommen die kommen darunter gift kugeln gift blasen glaube ich hieß es die muss man mit wasser abschießen und wie soll ich sagen also ja wenn man die nicht trifft dann hinterlassen die ekligen schleim die man dann weg so zack neue rezepte schön alles einsaugen batterie okay die gehen noch nicht er geht und er geht natürlich auch hervorragend ja wunderbar dann haben wir da auch direkt neue rezepte und für mich ist leider schon ein paar tage her dass ich dieses wundervolle spiel gespielt habe und das bedeutet natürlich im umkehrschluss dass ich keine ahnung mehr hat nicht funktioniert da haben wir das da müssen wir aber wechseln genau wir sind hier und achten die dank da rein auf die brauchen glaube ich drei tage bis das alles wächst aber auch mit sicherheit auch wieder wohl ja cool haben wir auf alle fälle auch wieder rein da haben wir dann noch irgendwas nein das war's gut dann so viel dazu ach da kommen noch mal haben wir gar nicht gar nicht dachen und dann fangen wir hier mal an großzügig zu gießen und dann müssen wir gucken dass wir unseren wasserschlauch gut verbessern und wir müssen gucken dass wir unseren sauger und die ging es noch mal verbessern denn wir müssen natürlich werden ja noch die biete die wir die wir schön machen müssen so da haben mit ihnen da brauchen wir eisen teile ich denke da müssten wir hin die elektronik aus stahl hier wollten wir auch richtig richtig hier wollten wir auch da wollten wir glaube ich nicht mehr da wollten wir noch nicht da müssen wir dann irgendwann mal hin und ihnen haben wir auch das ist natürlich auch sehr cool energiekern den haben wir noch nicht ich würde sagen wir basteln mal eine wir gucken mal ob wir so eine batterie basteln können ich habe ja auch ein bisschen umgestellt wie ihr seht da ist so eine batterie das können wir mach mal mach mal eins händler reist wieder ab und wir müssen natürlich pro stoff entdeckt batterie und ja genau das müssen wir erst mal hier zeug abladen heute gehen mal dahin ich glaube da habe ich das bein jawohl richtig er rein und ob er kann da rein und die können da rein und er kann da rein haben wir auch schon ein paar von denen und dann haben wir noch kupfer ich war fleißig und habe kupfer organisiert kriegen wir das war komplett rein natürlich nicht kriegen das war komplett rein auch nicht ja das schlecht ja vielleicht sollten wir dann noch mal so eine kiste bauen ja das gilt ein weichholz ich glaube ich habe von damen aber wir können aber wir können sprinten nenni wo haben wir nicht gewettet warum darüber hüpfen da ist ein burscht da könnten wir dann brauchen wir natürlich steigt da wieder ein ok gut da gab es nicht sehr schön wunderbar dann davor noch mal die kiste absolut grandiosen und da müssen wir gucken was für den funkturm brauchen für den brauchten wir auch relativ viel wenn mich nicht alles täuscht hier hin hier hin dahin und dann hier rein hier hin da war er nicht da war er alles raus hier rein hier rein hoppala hier hin hier hier genau dann haben wir noch eins batterie und dann haben wir noch so und dann gehst du mal da noch rein läuft ich würde sagen wir machen hier noch mal so ein öl ja vielleicht ist was was brauchen wir denn dafür der komposter da brauchen wir dieses aber zwei kül hier und dann machen wir da gerade komplett öl draus dann können wir da auch unseren richtig und dann müssen wir da hin denn da ist unser boy das ist wenn mich nicht alles täuscht dieser turm und ich weiß natürlich nicht mehr was wir benötigen deshalb werden wir da hinlaufen da ist noch mal blaue blüme so ja schaut mal da haben wir noch was von denen da kriegen wir auf alle fälle noch mal so zusammen zusammen das ist schon sehr praktisch da sind wieder die naja weiß ich was das ist aber da ist es auf alle fälle da haben wir das doch mal weiter da können wir da irgendwie durch und um da schneller hinzukommen vielleicht da ist das ist der fluss den wir intelligenter weise gemacht haben beziehungsweise ich bin ich intelligenter weise gemacht habe es könnte sein aber lasst mal lasst mal da um die ecke gehen da oben müssten wir hin das ist gar nicht so weit weg von uns und dann gucken wir mal was wir dafür brauchen wir brauchen dafür hart holt dann brauchen wir fünf alu rahmen dann brauchen wir dreimal elektronik aluminium also aus aluminium und 8 kub das werden wir ja wohl ganz nahm zusammen kriegen also hier hart holz müssten wir ja müsste eigentlich schon direkt aus dem jahr noch rauskriegen steht holzbaum und da gibt es eine kurze pause und da ist er auch schon wieder fortsetzen also da haben wir jetzt haben wir da jetzt irgendwas rausgekriegt hier hart holz oder so überhaupt ein hart holz übermäßig ich glaube wir brauchen da diese großen bäume okay okay kein fall schaden läuft alles gut großer gelber baum oder ordentlich hart holz gekriegt aber wir brauchen mehr hart holz wirst du jetzt mal auf zu rennen ach ja die konnten wir jetzt auch da gab es dann auch noch mal hart holz da sind die kämpfenden schlongs noch mal und noch mal ich befürchte die werden wichtig die werden sehr sehr wichtig lauf hier rum dann glaube ich war es das nein dann brauchen wir jetzt das jetzt hat das jetzt hat das denn okay dann brauchen wir das hart holz schon nicht mehr oh was ist das wenn wir das schon abbauen das ist die eisenablagerung und wir können schon abbauen sehr gut wir kriegen größeres haus neue rezepte eisenteile kreisenbarren ich würde sagen ein bisschen was nehmen wir mit oder long nochmals bier so praktisch wo kommen wir da oder mehr und da gibt es mehr wo geht es dahin waren wir da schon die bürgsküste a die müssen wir noch reinigen okay ich verstehe hier hoch hier rum hier rüber hier durch hör doch auf mit umfallen aber da ist noch mal ein eisen das werden wir uns natürlich auch noch einverleiben die bürgsküste bäume nehmen auch mit was soll's okay hey tag 24 wir sind schon am exploren today großer gelber baum weg okay da hört es auf kann nicht schlecht wo ist denn unser unser zu hause da ist unser zu hause da müssten wir hin da gibt es noch mal aluminium aber ich glaube da haben wir ich glaube da haben wir das bedeutet wir brauchen jetzt noch fünf alu rahmen dreimal elektronik aus aluminium ja da können wir doch mal direkt gehen war da können wir doch noch mal gucken mensch habe ich mich da drüben verlaufen ist ja hammer mäßig und ganz viel folgt vorher auf unseren feldern ich glaube wir haben die dahin ne rotpol da ist er hat er mal wieder falsch gemacht war genau noch nicht müssen wir dahin machen so über das nicht da war es richtig und dann hier und so da kommt ein händler und hier kriegen wir unser zappar zweigöl wie viel war das jetzt wie viel haben wir das ausgeholt hat hier ziehen haben wir auf alle fälle auch noch heißen nein 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 erst mal alu erst mal aluminium wir brauchen rahmen aus aluminium also aluminium rahmen wir kriegen brauchen zwei pro stange wir brauchen insgesamt fünf wir dann erst mal zehn aluminium holen hier lang hier hin wir gar nicht da haben wir das da haben wir das haben wir noch haben wir hier und dann mal zehn haben wir wenn wir vielleicht mal spielen dann hier hin dann aluminium rahmen sagt mache er zehn stück jawohl dann mache er fünf stück fünf stück brauchen wir ja wohl auch raus und dafür brauchen wir kupferdrag und auch noch mal stangen da brauchen wir drei das sind dann sechs und was auch immer wir im kupferdrag brauchen mal da rein ja ja ich weiß auch hier haben wir noch wir sind vollkommen überladen das ist durchaus möglich aber also was brauchen wir jetzt dafür einen kupferdrag wir brauchen drei also brauchen wir noch ein kupferdrag haben wir haben wir und dann hier da brauchen wir drei stück jawohl haben wir und dann benötigen wir noch acht kupferdrag also lass mal lass mal gucken gehen erst mal hier hin denn da kommt das wieder rein dann hier vor wenn da kommt das rein kapazität verbessert bei drei erde saugkraft bei ok hier nein inventar wir haben fünf rahmen brauchen wir holz brauchen wir nicht mehr werden drei teile elektro aus aluminium jawohl und dann brauchen wir acht kupferdrag das wir machen das so und dann legen wir nur 42 stück zurück dann haben wir acht kupferdrag und dann gehen wir da wieder rüber und bauen das auf und hoffen dass wir da dann richtig fette progress machen das ist gar nicht so einfach hier lang hier rum auch gehen da sind dann schon dieses das ist hi guys hier lang hier haben wir uns schön organisiert war hier rum hier rum oh da ist vielleicht nochmal eisen nachgewachsen das ist sehr schön können wir uns auch gleich da bringen drauf und dann jo mach mal testen 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 one two one two oh das ist viel stärker jetzt kann ich mich richtig mein Name ist Ulf und ich live auf dem planeten neben dem der 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 ich in die der der die 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 der das 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 die 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 Also, äh, mir würde es ja persönlich schon reichen, äh, Weizen, Gummibärenwachstum, blühende Begeisterung, Blühholz, habe ich nicht. Gummibäre, ich weiß nicht, wie viele Gummibären wir haben. Oh, 40 Stück, die haben wir auf gar keinen Fall. 10 Weizen könnten wir haben. Wir schauen auch mal, wir regeln dem da. Blühholz haben wir noch nicht. Okay, haben wir, dann würde ich sagen, äh, gehen wir hier wieder raus. Dann gucken wir, dass wir irgendwie noch mal Weizen anbauen. Ja, und, äh, Gummibären. Und wenn der jetzt sagt, ihm sind die Vorräte ausgegangen. Also, mir hätte ja gereicht, äh, zu wissen, dass er nicht sterben muss. Ja, ich hätte da jetzt gar keine so großen Belohnungen gebraucht für. Okay, das ist alles leer. Läuft. Rückzug. Wieder zurück in die Base. Und dann, äh, ja. Gummibären und dergleichen herstellen. Kalang. Lauf, mech. Ciao. Und wir brauchen ja den Wegebau. Denn wenn wir keinen Wegebau kriegen, da war ja was, ne? Dann kriegen wir auch keinen normalen Felder. Dann müssen wir alles immer in diesen Erdbügeln machen. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Hier lang, hier rum, hier runter. Jawohl. Sehr schön. Um die Ecke rum. Wunderbar. Ein Traum. Ja, die Wiesen. Alles gut. Doch. Also werden wir jetzt mal gucken, was brauchen wir denn für den, für den Wegebau. Ich glaube nämlich, das war auch gar nicht mal so viel. Lasset uns gucken. So, hier druf, da interagieren. Dann einmal raus. Ja. Ja. Okay, hier, Wegebau und da gibt es dann den Flug, genau. Okay, wir brauchen Aluminiumrahmen wieder und wir brauchen Elektronik aus Aluminium. Okay. Stopp. Das ist ja gar nicht mal so kacke. Weiß ich. Wir brauchen wieder Alu-Rahmen. Wir brauchen das und wir brauchen das. Was waren das jetzt? 5 Alu-Rahmen, wir haben jetzt gebraucht, ne? Ich glaube schon. So, hier Alu-Rahmen. Ich hätte gerne 5 Alu-Rahmen und dann Kupferdraht. Hätte ich bitte auch gern so sehen. Und dann hat er mir den natürlich nicht eingesammelt, weil, warum auch? Und dann hätte ich gern Alu-Rahmen. Elektronik aus Aluminium hätte ich gern 4 Stück. Und dann hängen wir uns hier rein und hoffen, dass das alles richtig war. Und dann fehlt noch einmal Elektronik aus Aluminium. So, da, da, wunderbar. Hier hin. Hier. Haben wir. Dankeschön. Ei, ei, ei. Hier hin, hier hin. Aussteigen. Rein da. Zack. Und Wegebau. Haben wir. Aluminiumstangen. Eisenrahmen. Und. Okay. Homi, hast du nicht gesehen. Öl. Blaue Linse. Weiß ich immer noch nicht, wo ich herkriege. Hm. Jo, schick, wa? Boah, der wäre auch, aber. Ja. Anyway. Hier hin. Rein in den Mech. Was? Das ist ja cool. Ja, ja, überladen. Ist schon klar. Vollkommen wahrscheinlich. Doch, direkt mal weiter. Wir werden mal. Wir gucken, haben wir. Ich glaube, einen haben wir noch irgendwie so halb. Ja, ja. Geh mal hier, hier hin. So, da sind fünf. Die nehmen wir auf alle Fälle. Was haben wir hier noch? Alles Mögliche. Vier haben wir da vornlos. Ja, ja, dann würde ich sagen, hier. Äh, jo. Dann da. Ei. So, dann mal runter. Dann hier. Da fehlt noch, falls man ist richtig, da fehlt noch keiner. Zack, da haben wir. Und dann brauchen wir Gummibeeren. Okay, also hier hin, hier, nein, das ist das. Okay, hier ist ein Gummibeeren-Samen. Hier, mach mal. Okay, hier. Hier und dann Gummibeeren. Ich dachte, da habe ich den Zapfer-Zweig versehentlich hingesposten. Das wollte ich nicht. Ähm. Da ist jetzt auch schon egal, ne? Das ist also gewischt. So, dann haben wir das. Na, haben wir das. So, dann lassen wir mal ein bisschen Wässerchen. So, Wässerchen ist voll. Ja, ja, ich bin überladen. Ich habe es verstanden. Danke. Danke, danke. Ich habe es kapiert. Dann hier hin. Da kommt das rein. Dann hier hin. Da kommt das rein. Das ist das Eisenerz. Wo hatten wir das? Das kommt doch auch irgendwo. Das hatten wir noch nirgendwo. Dann packen wir es da mit rein. Okay, dann gehen wir zusammen. Richtig. Zack, zack. Da auch mal wieder ein bisschen aufräumen. Ja, sehr schön. Okay, dann werden wir ein bisschen gucken müssen, dass wir das zusammenbekommen. Und ja. Apropos zusammenbekommen. Guck mal hier. Oh, brauchen wir Eisenrahmen. Wie kriegen wir den Eisenrahmen eigentlich her? Das mal. So, Kopposchkiste. Blumenpreste, Montage. Butterofen. Mh, 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 mh. Aha. Okay. Okay. Kriegen wir Eisen da vorne irgendwo raus, oder? Eisenrahmen, ja, tatsächlich. Die würden wir hier schon rauskriegen. Oh. Und was brauchen wir hier für? Sabberzweigöl. Dafür haben wir es gebraucht. Okay. Sind wir hier rein? Haben wir nicht, die haben wir da hinten rein, ne? Ei, 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 ei. Hier hin, hier. Hier. Pack mal aus. Und dann hoffen wir mal. Hier. Jo. Aha. Ja, alles. Mach mal. Keine Ahnung, was uns das jetzt bringt. Dreckig. Kleine Hütte. Einfacher Topf. Keine Ahnung. Wird schon irgendwas bringen. Das ist der Futterufe. Richtig. So. Die Frage ist immer noch, wo bekommen wir diese Linsen her? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin mir sicher, dass wir rotes Glas, wenn wir rotes Glas herstellen. Aber ich weiß nicht, wo wir rotes Glas herstellen. Ich glaube in irgendeiner Art Ofen, oder? Ja, danke. Pack 25. Ah, das müssen wir noch rausfinden. Aber wir werden das noch hera... Was, wir brauchen ein neues, neues... Hä? Wie, wie, wie? Okay. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier was gerade eingesammelt. Wirtschaft. Ja, das ist total toll und trotzdem total sinnlos. Da ist der Weizen, da ist der Kohlkopf. Hol dir den mal. Bei den und dann den. Die noch nicht, die auch noch nicht, die auch noch nicht. Okay, dann, ähm... Noch mal hier. So, geht das, mir geht nicht so, auch nicht. Okay. 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 Jetzt ist drin, wa? Okay. Da haben wir das, da haben wir das. Da kriegen wir leider keine Bären raus, ne? Oder? Da kriegen wir nur... Da kriegen wir tatsächlich nur Samen raus, ja. Hm. Das ist jetzt Blade. Naja, aber meine Lieben, dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht drüber, wir hatten das gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao. Bis dahin. Bis dahin.